meine güte war das ein langer dialog okay dann lass uns mal gucken was kann ich denn hier machen habe ich noch irgendwelche ich habe auch noch den ganzen rest habe ich nicht mehr nicht abgeschlossen dein plan war tadellos das wird dein untergang sein ja ach du scheiße er hat mit auf die achterbahn des todes genommen ich muss sie finden bevor sie seine untote braut wird was ist mit mir passiert kopf vernebelt kann nicht denken gehirn verschwommen muss mich konzentrieren und elaine retten ich muss elaine retten aber wie soll ich elaine retten wenn ich nur ein kleiner junge bin ja das ist eine sehr gute frage ich mag den kerl aber das wird langsam lächerlich das kannst du nicht einfach so nehmen kleiner wagen das ist kein spielzeug kleiner okay dann ich rede mal mit ihm bist du der echte kutterköter bist du der echte kutterköter darauf kannst du wetten und ich bin hier damit du spaß 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 hast wie ist dein name kleiner junge okay zunächst einmal bin ich kein kleiner junge ich bin geibach trieboden mächtiger pirat mir zittern die knochen das ist ja allerhand wie kann ich einen dieser fabelhaften preise gewinnen wie kann ich einen dieser fabelhaften preise gewinnen wenn ich dein gewicht oder alter nicht errate kannst du dir aussuchen was du willst wo ist der haken daran es gibt keinen haken es ist ganz einfach okay dann warte mal wie alt ich bin ich wette du errettst nicht wie alt ich bin wetten dass sie es kann ein furchterregender kleiner seeräuber wie du müsste sieben jahre alt sein falsch ich bin zufällig 20 und hast du einen beweis für deinen kumpel den kutterköter nennst du mich ein lügner und ob ich das tue hier ist mein beweis schauspieler gilde mitgliedskarte die brust alter 20 ich nehme an dass das stimmt such dir deinen preis aus ich bin der preis den du wirklich willst nein nein ich will den anker befreie mich bruder was du hast dir den anker ausgesucht na ich will den anker tut mir leid okay ich kann nicht glauben dass du den blöden anker anstelle von mir genommen hast nun das ist nicht sehr nett kleiner junge ich warne dich nicht noch einmal kleiner du fällst mir langsam auf den wecker kleiner wofür soll denn alles klar das reicht jetzt gibt's saures du kleiner mistkerl er hat mich gebissen ja es ist noch nicht mal ein echter anker wenn ihr hier nochmal oh warte mal was ist das denn hier ich bin ein echter sprechender schädel ach guck mal kann ich mit dir reden was für schneehörnchen haben sie welche sorte wolltest du nochmal ich habe alle sorten die man sich vorstellen kann ich habe die größte auswahl von schneehörnchen auf der ganzen welt meine hörnchen sind nämlich so einzigartig so einfallsreich und so ich mache einmalig dass die meisten ungenießbar sind lass mich einige aufzählen ich habe hörnchen die sind nette welche mit kalte hörnchen alte hörnchen schöne hörnchen boah den finde ich abstoßend den typ ey kann ich hier weg gehen bitte der ekelt mich richtig an hörnchen zum lecken hörnchen die schmecken hörnchen aus hecken ich habe die hecken meines nachbarn darin verwendet hörnchen mit schweißhörnchen mit maisbierhörnchen tierhörnchen vierhörnchen und zu weihnachten ho 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 frohe hörnchen also was hältst du davon boah ich glaube ich möchte ein einfaches schneehörnchen ich möchte ein einfaches schneehörnchen bitte ich möchte ein einfaches schneehörnchen bitte okay junge tschüss dann was dein tipp nach allem was wir zusammen durch hoppla mein schneehörnchen ist geschmolzen was geht denn hier ab du hättest sowieso ein lausiges und totes monster hey was glaubst du eigentlich was du da tust ich will nur einen dieser kuchen ja ich will nur raus hier aus diesem stinkenden rattenkopf das glaube ich dir wie ist der kutterköter denn so privat das ist ein wirklich schrecklicher geruch was ist das für ein schrecklicher geruch das ist ein riesiger rattenanzug du kleine rotznase was hast du erwartet rosenduft bin ich der einzige der von diesem schrecklichen gestank angeekelt ist okay okay der anzug stinkt wir haben es gehört alle mal herkommen um den rattenmann zur schneecke zu machen der arme rattenmann was macht der hier was tragt ihr burschen hier das ist niete den kerl um der größte spaß auf dem rummelplatz trifft den lustigen clown und gewinne einen fantastischen preis schau den torten dabei zu wie sie mit lichtgeschwindigkeit und lautem getöse aus der kanone herausschießen vor allem wie ihr auch die kippe deiner fress hat er ist geil lach zusammen mit deinen fröhlichen gastgebern dem rattenmann und seinem kumpel monty maring welcher geschmack was welchen geschmack haben die torten heute ich weiß nicht ich glaube limone was ist denn das überhaupt für eine dumme frage ich will mit der kanone schießen ich will mit der kanone schießen tschuldigung kleiner junge du bist zu jung niete den kerl um ist nur für ältere kinder das ist diskriminierung woher weiß ich dass sie wirklich funktioniert wenn ich nicht sehe wie sie los geht ok kind du möchtest sehen wie die kanone feuert los geht's ok spannend ok schon gut hier noch irgendwie was machen ich werde auf einen besitzer warten der mein ich kann nicht dahin zurückgehen ich habe todesangst vor pantomimen ok raus her bevor ich die dämonischen legionen des hades rufe und sie auf dich hetze wie ein schwarm böser heuschreck hey du bist zu klein um diese kanone zu benutzen junge warte bis einer der älteren jungs vorbeikommt aber ich will sie mal abfeuern sie ist zu gefährlich für einen kleinen jungen ich bin kein kleiner junge ich bin 20 jahre alt genau und ich bin der kutterköter hättest du wohl gern halbe mistkerlportion hau ab bevor ich etwas tun muss was du bereuen würdest mach dass du von der kanone wegkommst kleiner sie ist gefährlich irgendwas muss ich mit dir doch machen können was in aller welt ist merengue ich weiß nicht kind geschlagenes eiweiß glaube ich ok wie ist der kutterköter denn so privat was willst du von mir ich bin nur eine riesige ratte mir ist es nicht erlaubt mich ihrer majestät dem großartigen und mächtigen kutterköter zu nähern ok kannst du mich dem kutterköter vorstellen nein geht nicht jetzt hau ab nein geht nicht kutterköter ist wirklich cool oh ja er ist ein echter heiliger er ist ja viel talentierter als jeder gewöhnliche rattenmann gib einem burschen ein großes hundekostüm und er verwandelt sich in eine prima donna du weißt was ich meine ich wette der kutterköter bekommt viel geld bezahlt ich wette der kutterköter bekommt viel geld bezahlt richtig und was wäre wenn es setzt kein besonderes talent voraus einen großen welpen zur attraktion zu machen nun kinder dazu zu kriegen sich bei einer riesenratte herumzutreiben das ist kunst ich wette sein anzug stinkt nicht einmal weißt du du fängst wirklich an mir auf den wecker zu fallen ich wette der kutterköter könnte dich verdreschen könnte er nicht ich wette doch ich sag dir was kleiner warum gehst du nicht hin und schlägst ihn kommst danach zurück und erzählst mir was passiert ist ok na gut dann weiß ich nicht kann ich mit dem anker hier irgendwas machen ich konnte mit dem anker wohl was machen schnauze kleiner ok wenn wir das tor jetzt benutzen wenn wir dann kann ich jetzt hier hingehen offensichtlich juhu stinkender rattenkerl ey raus da du Mistkerl na was willst du denn dagegen machen du verlauster Sack das wird dir eine leere sein juhu perfekt so jetzt können wir doch mit dem Pfeffer den Haaren und dem ich hebe mir diese Gebäckstückchen lieber ich hebe mir diese Gebäckstückchen lieber für ein anderes Mal auf wir können doch jetzt diesen äh diesen Kopfwehttrunk äh machen wie Öl und Wasser wie Öl und Wasser das Haar ist hier nutzlos ich will es nicht verschwenden es fühlt sich köstlich an ok aber wir müssen doch diesen diesen Trank wieder bauen hmm besser nicht ok dann gehen wir uns mal nochmal ein Schneehörnchen holen vielleicht muss ich das damit zusammen mischen ich nehme dieses alte Schneehörnchen danke äh ich will ein einfaches Schneehörnchen bitte ok Junge tschüss dann diese Merengue sieht lecker aus mhm gepfefferte Güte iiii haarig dieses Schneehörnchen ist hier nutzlos ah ich muss dann T drücken manchmal sind die Sachen ein wenig äh naja der Pfeffer macht es wenigstens erträglich undurchsichtig ah perfekte wir haben die wirkung aufgehoben guybrush räumt mal wieder auf zu spät zum aussteigen weise zu spät zum aussteigen ok wann darf ich ah jetzt ich verstehe moment es ist ein dynamo elektrik wali wie geht's er sieht so lebensecht aus hey warte mal das ist ja wirklich wali ok wie befreie ich den denn Flasche mit Öl kann ich da irgendwas machen warte mal was haben wir denn jetzt überhaupt gemacht ich hab ne Flasche mit Öl hab ich jetzt ne ok ähm ich muss glaube ich flüchten ich bin mir noch nicht ganz sicher was ich jetzt hier machen muss ich fahr nochmal in den ersten Raum ok was haben wir hier oh ich kann ein Seil kann ich mitnehmen kann ich hier sonst irgendwas mitnehmen ich komme da oben nicht dran nein oh da ist er schon wieder hau doch mal ab äh du schon wieder du bist mit meiner Achterbahn gefahren warum bist du nicht in der Lava gekocht worden mhm ihr Leben muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben das ist noch ein Schlüssel und noch mal eine Hakenhand kann ich die nicht auch mitnehmen versuch nochmal ich kann nicht anders als das Kind zu lieben fräs den Flammen tot Streetwood ok ja gut dann kann ich jetzt im Moment noch nichts machen nicht zu spät zum Ausstieg ok dann müssen wir hier nochmal nochmal weiterfahren wir müssen nämlich noch in den zweiten Raum hier waren wir schon das kann ich auch nicht mitnehmen ok wir müssen den zweiten äh den zweiten Raum brauchen wir noch ich habe nämlich schon eine Idee wie wir äh LeChuck besiegen hier ist nämlich ein Rumpfass so so wir haben nämlich jetzt Öl da trägt man das es ist mit Öl vollgesagt cool jetzt haben wir nämlich eine Bombe und dann kann ich damit LeChuck wahrscheinlich irgendwie dazu bringen dass er das anspuckt und äh dann wird er sich wahrscheinlich selber in die Luft jagen irgendwie mal aus was kann ich denn damit machen hier ist nur eine Sache die ich damit benutzen kann das ist dieser Schneeheti würde ich sagen ne gucken wir mal dann gehen wir mal wieder runter irgendwie muss ich wahrscheinlich auch dafür sorgen dass LeChuck ihn kontrolliert spuckt habe ich dafür irgendwas mit Pfeffer bringe ich den zum Niesen das mal auf wenn ihr gleich angeschissen kommt oh LeChuck komm ran ich bin vorbereitet wo bleibt er ja klar wenn du in den ersten drei Räumen die Sachen sammeln musst um die Bombe zu bauen kannst du im vierten Raum die Bombe zünden ist ja logisch jetzt muss nur noch LeChuck irgendwie angeschissen kommen der will aber irgendwie gerade nicht habe ich das Gefühl LeChuck wir warten irgendwas mit womit ich den Triggern kann vielleicht aber da ist er ja oh nein es ist LeChuck dein schlimmster Alttraum hier Pfeffer ich wusste es jetzt niest der zündet die Lunte an und äh explodiert SlidT Shrek Tschüss Litsherk Herle oh guck mal jetzt sind wir verheiratet Elaine und ich Ist das nicht toll? Da sind unsere Kollegen, guck mal, hier ist auch der Kannibale. Jünger Wild. Sehr schön, sehr schön. Ja, Freunde, das würde ich mal sagen, war Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Ich bin sehr gespannt, wie das in der Community so ankommen wird. Monkey Island 1 und 2 waren wirklich... Lauf, Sterblicher, aber vergiss nicht deinen Erzrache-Gott Murray. Merke dir meine Worte. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Willst du mich? Ich werde zurückkehren. Ja, kehr du mal zurück. Okay. Das war's dann wohl jetzt. Na gut. Also, Freunde, das war Let's Play Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Ich werde die gesamte Reihe durchspielen, habe ich mir vorgenommen, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass Monkey Island auf meinem Kanal doch so große Resonanz findet. Also, klar, The Witcher war gut, wurde auch viel geklickt, aber verhältnismäßig im Vergleich zu den Folgen, also der Folgenanzahl zu den Klicks, ist Monkey Island mein mit Abstand bestgeklicktestes Projekt. Ich hätte nicht gedacht, dass Monkey Island so gut ankommt. Deswegen werden wir das weiterspielen bis zum Ende. Die Reihe hat ja noch ein paar Teile, also wir sind jetzt gerade mal bei 3. Ich glaube, das sind irgendwie 7 oder 8 inzwischen schon. Von daher, ja, die werden wir uns alle mal angucken, habe ich entschieden. Aber immer mal wieder mit Unterbrechungen dazwischen. Ich habe jetzt für das nächste Projekt was anderes geplant, aber wir haben ja meistens zwei Projekte gleichzeitig laufen, also warum nicht? Also, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Monkey Island 3, ich muss zugeben, ihr werdet es wahrscheinlich auch ab und zu gesehen haben, wusste ich schon, Rätsel, Lösungen bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Ich habe mir hier nebenbei eine kleine Komplettlösung hingelegt auf einem weiteren Monitor, weil ich finde, dass bei Monkey Island viele Sachen völlig aus der Luft gegriffen sind und überhaupt nicht durch normales Kombinieren oder normales Überlegen so klar werden. Und ich auch keine Lust habe, hier 10 Folgen an einem einzigen Rätsel zu sitzen. Deswegen habe ich mir eine Komplettlösung dazu genommen. Ich habe natürlich nicht immer reingeguckt, sondern nur, wenn ich nicht wusste, wo ich hin muss. Aber das werdet ihr mit Sicherheit merken, gerade auch beim Endkampf und so, dass man da sofort weiß, was man da zu tun hat. Ich wäre nie im Leben von alleine drauf gekommen, eine Bombe zu bauen, die LeChuck mit seinem Feueratem dann anzündet. Aber ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play. Ich weiß es noch nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.